moin herzlich willkommen zurück zur zweiten folge heute let's play ls 17 nordfriesische marsch vierfach map hier in der version 1.6 ohne gräben wir machen wir sind auch nebenbei noch auf feld 9 am häckseln da steht der häckseler kann man ihn gerade stehen sehen hat gerade keine abfahrer abfahrer kommt aber gleich gerade abgeladen beide haben gerade abgeladen das heißt es wird dann schon wieder voll sein super wo ist mein drescher hier habe ich jetzt keine automatischen abfahrkurse erstens will ich auch ein bisschen was selber machen und b glaube ich dass wir mit beiden abfahrern fast das ganze feld hier kriegen das heißt so viel körnermais haben wir dann gar nicht 150.000 liter auch nicht alle welt vielleicht müssen auch zwischendurch einmal fahren aber das macht ja nichts dann würde ich allerdings auch ein kurs einfahren dafür ich würde jetzt gleich tatsächlich mal hier versuchen glaube ich jetzt nicht doch mit verteilen und verdichten weiter kommen irgendwie ist das hier seltsam so ein paar duman hier auf deine warteposition und dann fangen wir mal von vorne an so weil der nächste ist ja auch gleich schon wieder voll jetzt macht er das schild runter ich sag jetzt mal bin gerade jetzt mal so ein bisschen zufrieden das schild wieder hoch mir soll es ja egal sein solange er das hier vernünftig und ich alles hier rein kriege meine weiß ich nicht drei vier fünf millionen liter soll es mir ja fast egal sein jetzt schiebt das auch alles ganz hinten durch würde eigentlich passieren wenn ich jetzt hier noch einen zweiten traktor auf dem gleichen kurs setze wahrscheinlich chaos oder das schild auch nicht richtig nicht da was nein Oha, der nächste Abfahrer kommt schon wieder. Ja, aber es sieht ja gar nicht doof aus. Das könnte ja tatsächlich was werden. Oh Mann. So, eine Fahrt noch und dann... Guck mal, da kommt schon der nächste Abfahrer. So, Hauptsache, er erkennt ihn jetzt und fährt auf seine Warteposition. Alles andere ist Schnulli-Bulli. Aber ich glaube, jetzt hat er ihn erkannt. Er fährt jetzt schön brav auf seine Warteposition. Das ist ein Abfahrer, da kommt schon raus. So, jetzt muss ich jetzt mit dem Auto gehen. Das ist auch schon wieder voll. Hier ist er ja noch lange nicht voll. Auch der Drescher ist noch nicht voll. Was machen eigentlich unsere Tiere? Der Staat muss noch Felder abgeerntet. So, das einzige Feld, das wir noch nicht abgeerntet haben. Ah, und Rüben. Rüben müssen wir auch noch machen. Jo. Ah, ist gut. Ja, irgendwann bin ich doch. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ich müsste es ja eigentlichen. Das 7 sehen möchte ich ja gar nicht. Ich würde ja eigentlich viel lieber. Ja. 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 Dann gucken wir mal, der wird zwar gleich voll sein, aber dann haben wir zumindest schon mal angefangen, ihn hier auf den Weg zu schicken und können dann nachher die Abfahrer hinterher schicken. So, ich habe übrigens beschlossen, dass ich für den Multiplayer die Fruchtzerstörung aktivieren werde, damit da ein bisschen mehr Disziplin in die Mannschaft kommt. Jetzt hier für den Singleplayer nicht, aber für den Multiplayer hätte ich Fruchtzerstörung. So, ich muss jetzt mal die Abfahrer anschauen. Da nochmal ist 76%, ja da ist ja noch Luft nach oben sozusagen. Ich stelle mich hier erstmal. Da kann ich mit leben, auch wenn jetzt hier der erste schon wieder ankommt. Aber dann haben wir es auch bald beendet, mit Glück, dieses Wochenende. Das heißt es werden noch zwei Folgen, morgen und übermorgen. Ja, mal gucken. Mal gucken, ich meine, wir kommen. Ja, mal verraschen. So, da ist der Abfahrer. Da kommt er. Das heißt, wir haben. Krümer, muss ich so sagen. Ja, Zuckerrüben ist natürlich voll. Könnte... Was ist der denn? Ach so, okay. So, von mir. So, ich kann es nicht mehr sehen. Den fahren wir nämlich jetzt zu den Zuckerrüben als Abfahrer. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das ist echt ungewohnt mit dieser Headtrackerei. Und ich sitze vor allem viel zu weit oben. Das muss ich dann nochmal einstellen. Eigentlich müsste ich viel tiefer sitzen. Ich bin ja so, bin ich ja irgendwie Kilometer groß. Bin ich ja echt gar nicht. Aber es macht auf jeden Fall schon mehr Spaß, wenn ich das jetzt in Leute gucken kann. Kann ich nur jedem empfehlen. Kostet 60 Euro oder so. Ungefähr. Der DLAN-Clip könnt ihr mal nachgoogeln. Ansonsten ab in die Kommentare, dann schreibe ich euch da, wo man das kriegen kann. Verdiene ich auch nichts dran. Habe ich mir einfach so gekauft. Fand ich interessant. Es gibt auch Tutorials von Carvon dazu. Oder Tutorials. Ja, zumindest so ein bisschen kleine Erklärungen. Und von jemand anders gibt es ein Tutorial. Ich kann euch dann auch gerne mal die Einstellungen posten, die ich hier benutze. Wenn es euch interessiert, schreibt es in die Kommentare. Und dann gucken wir mal. Das ist der richtige Falschkampfkurs sozusagen. Ist da? Das war's. Das ist ja auch nicht. Weil nee, steht da gar nicht mehr. Nee, steht gar nicht gut da, da kann ich nicht noch gut. Ja, ich muss mich mal rülpfen. Ich rülpfe es raus. Ich schalte euch dafür mal eben kurz stumm. Das kann sein, dass es dann immer ein kleines Klicken gibt. Das wäre ich dann gewesen. Und ja. So, er ist fertig. Das heißt, ich fahre hier mal weg. Damit er in Ruhe weitermachen kann. Na ja, das bedarf dann ja noch ein bisschen Nacharbeit. Aber, ich stelle hier mal einen Abfahrer ein. Der müsste dann ja das eigentlich mehr oder weniger alles automatisch machen. Und der Alexia. Hey Leute. Wir überziehen, wir überziehen, wir überziehen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Würde mich freuen. Kommt mich bei Facebook besuchen. FriesenJong13. Kommt auf meine Homepage. FriesenJong13.de Oder, was mich natürlich noch viel, viel mehr freuen würde, ist, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Zur nächsten Folge. In diesem Sinn, sagen wir. Ciao.